Jetzt geht es zu unserem Dr. Fritz Reutinger zum fünften und zum letzten Mal. Und er sagt uns heute ein kleines Wort oder erklärt uns ein kleines Wort mit großer Wirkung. Auf ein Wort noch mit Dr. Fritz Reutinger. Toleranz. Toleranz ist der Schlüssel zu unserem Herzensverhalten. Und es hilft uns, uns selbst in dieser gesellschaftlichen Struktur zu erkennen. Natürlich fällt es wahnsinnig schwer, wir kommen alle nicht als Heilige in diese Welt. Aber ich glaube, es ist wirklich wert, dass wir uns dahin bemühen, einfach die Menschen um uns in ihren Qualitäten, in ihren Fähigkeiten zu achten und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Erst wenn wir in unserer Gesellschaft ein tolerantes Bild entwickeln, können wir uns überhaupt allgemein erhöhen. Und wir werden uns auf einer ganz anderen Ebene wieder begegnen. Toleranz soll der Schlüssel sein zu einem schönen Miteinander. Nicht voll kritisch und negativ. Ich fand, alles war, bevor wir es überhaupt schon gehört haben, lehnen wir ab. Nein, wir müssen uns öffnen. Wir müssen jedem Menschen die Chance geben, dass er selbst sein kann, so wie er sich vorgestellt hat. Mit dieser Aufgabe des Lebens, mit der er inkarniert ist. Dass er sie leben kann in Freiheit und gegenseitiger Achtung.